Regelmäßig kommt es im Deutschen Bundestag zu einem sogenannten Hammelsprung. Das ist ein komischer Name, denn mit springenden Hammeln hat das eigentlich gar nichts zu tun. Vielmehr handelt es sich um eine besondere Form der Abstimmung. Wenn das Präsidium das Ergebnis einer Abstimmung nicht klar feststellen kann oder wenn dieses angezweifelt wird oder auch die Beschlussfähigkeit angezweifelt wird von einer Fraktion, kommt es zum sogenannten Hammelsprung. Wie genau funktioniert jetzt dieser aber? Zunächst einmal müssen alle Abgeordneten den Plenarsaal verlassen, damit er auch leer ist. Dann werden alle Türen geschlossen, alle bis auf drei. Das gibt einmal eine Tür für Ja, für Nein und für Enthaltung und dann muss jeder Abgeordnete einzeln durch eine dieser Türen zurück in den Plenarsaal gehen und an jeder Tür stehen Schriftführer, ein Vertreter der Regierungsfraktion und einer der Oppositionsfraktion, der mit Strichliste genau festhält, wie viele da durch die Tür gegangen sind. Am Ende wird das Ergebnis zusammengezählt und durch das Präsidium verkündet und fertig ist der Hammelsprung. Als Fraktion der Freien Demokraten finden wir diesen Vorgang viel zu langatmig. Wir sind der Meinung, dass das Parlament auch hier digitaler werden muss. Deswegen fordern wir als Fraktion der Freien Demokraten schon länger, dass wir auch elektronisch abstimmen können sollten. Beispielsweise wie im Europäischen Parlament, wo man vom Sitzplatz aus elektronisch abstimmen kann. Das würde viel Zeit sparen, die wir sicherlich auch sinnvoller nutzen können.